Weil wenn ich nämlich mein ganzes Team inkludiere in die Planung und die Durchführung einer Besprechung, dann haben alle ein Incentive, pünktlich da zu sein. Das heißt, dann muss ich nicht sagen, sei bitte pünktlich da, weil es moderiert ein anderer Teamteil. Das heißt, dann musst du schon mal da sein. Dann haben aber alle Teamteile oder Teammitglieder schon ihren Beitrag geleistet in der Vorbereitung und wissen aufgrund der Agenda-Punkte, die halt im Voraus schon bearbeitet wurden, was besprochen wird. Das heißt, auch da ist wieder ein Incentive da, dass ich halt komme, weil ich ja beitragen muss. Das heißt, für mich sind das irgendwie so Punkte, wo ich mir denke, vielleicht weniger mit Checklisten arbeiten und mehr mit irgendwie Verständnisfragen arbeiten. Ja, aber wieso müsstest du eine Zeit setzen? Wieso wäre es wichtig, dass alle aufpassen? Oder was heißt denn das, dass Menschen nicht aufpassen? Wieso kommen denn Menschen zu spät? Wieso arbeitet niemand mit? Wieso gibt es denn eine, wieso gibt es denn keine Agenda? Oder wieso hat niemand Einblick auf die Agenda, bevor sie hinkommen? Also das sind für mich alles eher Leitfragen, die man da eher in Listen stecken sollte und nicht irgendwie so Handlungsanweisungen.